Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2, heute zusammen mit Maudado. Bewertet im Part und wie immer viel Spaß. Was ist das jetzt da für Zeichen oben? Das ist japanisch. Bist sicher? Ja. Was stand da? Das ist japanisch. Warum willst du dich davon treten? Oh, scheiße. Bleib mit Stein. Steine. Geh, geh. Du schaffst es. Du schaffst es. Du bist so jung noch. So cool. So cool. Ich hab Hüls. Ich hab Hüls. Alles gut. Alles gut. Ich bin im anderen Reich. Ich bin nicht im anderen Reich, aber da kommt ein Pilz. Da kommt gleich ein Pilz, 100 pro. Echt? Da kommt 100 pro ein Pilz. Warte. Da. Danke. Wolltest du mich gerade klauen? Du mieses. Ich hab mich hier als erstes angestellt. Ja, das war aber meiner. Der ist ja nur wegen mir gespawnt. Ja, klar. Wegen dir gespawnt. Ja. Ey, was machst du da? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. In einem Paradies. Oh. Hey. Ein Auto. Guck mal. Nein. Nein. Jetzt. War ich da unten? Oder weiter oben? Weiter oben? Oder weiter oben? Ich kann. Weiter oben. Nein. Nein. Obwohl, wenn man einen Stern hat. Wenn man groß ist und einen Stern hat, dann zählt das nicht. Dann ist es egal, wo man hingeht. Aber ich war klein. Ja, deswegen hab ich ja gewonnen. Deswegen ist es ja schwerer, ganz nach oben zu kommen, weil man so klein ist. Und deswegen zählt oben eigentlich mehr, als wenn man einen Stern hat. Nein, nein, nein. In Verbindung damit, dass da so eine Lücke war, so eine kleine, wo ich nicht durch konnte. Ja, aber man hatte doch auch eine Röhre. Ja, wo man als Dünner nur durch konnte. Oder wenn man sich duckt. Oh, easy. Da renne ich doch gerne. Gegen die Zeit. Achtung. Ja, ja, ja. Lass mich vor, bitte. Bitte. Lass mich vor. Nee. Loll. Das ist ja der Linkl. Nein, verdammt. Wow. Ja, wir haben echt viel Zeit. Nein, nein, es ist nicht viel. Da rennt man wirklich einfach nur, hast du nicht dein Ernst? Ja, es ist ja gegen die Zeit. Hier kommt ja noch irgendwas. Ja, warum? Ich hab einfach nur da. Linkl spawnen einfach nicht. Was mach ich jetzt? Hier brauchst du nicht. Ich hab noch nichts mit Link gemacht. Ich hab keine. Du hast halt auch das Level kaputt gemacht. Nein, komm noch. Du musst jetzt hier Performance-Sprünge machen. Ja, ja, klar. Tschüss. Ihr müsst halt echt vor jedem Dings warten. Ja. Als einziger ein Ziel. Was ein geiles Level. Ja. Oh nein. Aber was? Werf ich mal? Lauf nach rechts und... Okay, dann nicht. Hab dich geworfen. Ach so, das ist echt das Ziel. Ja, aber jetzt bin ich nicht gerannt oder so. Renn mal und spin die ganze Zeit wie ein Verrückter. Mach ich, mach ich, mach ich. Ich werde halt jetzt deswegen nicht ankommen, weil du mein Leben zerstört hast. Ich hab dein Leben nicht zerstört. Du bist irgendwie über mir. Warum bist du über mir? Nein. Ja. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Nein, machst du nicht. Hallo. Ja. Weiter vorne. Weiter oben. Weiter vorne. Und wer geht ins Haus? Nee. Einfach nein. Hab dir keinen Bock mehr. Er ist so getiltet. Ach. Super Mario 2D World. Super Mario 2D World. Ah, die 3D World in der erste Map davon in 2D oder was? Nee. Aber in 3D World gab es auch kein 2D Level. Das verstehe ich nicht. Ganze? Danke. Ohne... Katze. Hier gibt's Geld. Hier gibt's Geld. Ja. Das kommt auf unser Konto. Ich hab mich umgebracht. Warum? Oh, ich dachte, die kann man aufwerfen. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ich komm. Okay? Okay. Warte mal, warte mal. Kannst du mir auch ne Katze holen? Ja, klar. Wo bist du, Bruder? Ach da, guck mal, hier. Hallo. Ich bin die Katze. Kannst du mal da rein? Ich geh mal hier rein. Tschüss. Ich komm mit. Ja, ne fettes Secret. Schubst du mich? Brauchst du ja gar nicht. Mach, mach, mach. Ich sag mir's ein. Ich sag mir's ein. Ja, ja, hol das Geld jetzt. Nein, nein. Ich hab's. Tschüss. Ich hab's. Alles gut. Alles gut. Ist es? Ja, wir haben 40 Geld. Wir brauchen 100 für unsere Miete. Ach so. So ist die Story. Da, ja, ja. Ich sag alles auf, ich sag alles auf. Geil, krass, krass. Ja, stirb. Tschüss. Als ob du das versucht hast. Katze. Nein. Gib mir die Katze. Ja, oh, 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 oh. Ich schüttel. Tschüss. Was? Oh nein, wir werden den gebraucht. Hier müssen durch. Hier ist das Geld. Stimmt. Nein, unsere Miete. Ach du, du schade. Das war's. Wir haben fast unsere Miete zusammen. Echt? Nein, nein. Du verli... Tschüss. Ich hab meine Miete. Ah, hör, hör. Nee, da hab ich Angst. Ach so, den muss ich benutzen. Kann ich da durch? Okay, ich muss bald gespawnt. Was ist das hier? Ach so, okay, da ist nix Gevorliches. Oh, ich bin bald gespawnt. Upsi. Warte. Ja, gut, dann geh ich rein, ne? Tschüss. Hallo? Ja, unsere Miete. Ja, ich weiß. Jetzt landen wir auf der Straße. Yoshi Revenge? Ja, aber ich hab doch Yoshi immer gut behandelt. Ja, klar, du hast dann immer einen Abgrund geditscht, wenn du weiter hoch wolltest. Ey, also jetzt immer... Nein. Dein Tod war peinlicher. Oh, oh, ey, ich wollte einen Toppelssuizid begehen. Ah, ach so. Guck mal da, siehst du das? Ja. Da unten ist was. Aber hier ist Geld. Miete. Ach, der tut dein Geld. Na, das ist echt krank. Ja, Junge. Weil du dir nie Gedanken drüber machst. Jetzt geh doch. Ja, ich hab's dir doch geholfen. Ja, danke. Aber kam richtig gut raus. Danke. Ich helf gerne. Merk ich. Auf dem kann man gar nichts spinnen. Nee. Doch, klar. Siehste? Ey, du. Hä, ich hab den Besieg für dich. Hier ist nur ein Checkerle. Yoshi, Yoshi, wo bist du? Oh, 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 oh. Ich hab... Oh, hier ist wieder ein... Hä? Baby Bowser? Warum ist Baby Bowser so klein? Keine Ahnung. Weil wir so groß sind. Warum lässt er sich treffen? Ich hab gedacht, der dreht zu dir. Ich hab gedacht, du hättest den... Nice. Und tschüss. Kein Ding. Ich hab dir gerne geholfen. Ja. Ach so, da ist jetzt. Bring Yoshi um. Ja, richtig so. Warum hast du das getan? Warum nicht? Ich hasse Yoshi. Oh, tschüss. Oh, brauche ich Yoshi? Nee, brauche ich nicht. Hallo Yoshi. Warte. Nein, nein. Nein, mein Yoshi. Du gibst mir den jetzt. Ja. Yoshi. 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 Mein Schatzi. Was? Du musst den werfen. Du hast Yoshi. Das hätte ich auch so oder so nicht gemacht. Das hätte ich nie gemacht. Ich hätte Yoshi dafür nicht gehofft. Nein. Nein. Du hast gerade eben einen Yoshi zermatscht. Habe ich gar nicht. Das war's. Du hättest ihn nicht zermatschen müssen. Doch, er hat danach gebeten. Also, der wollte das. Ach so, okay. Ja, gut. Guck mal, wir sind echt... Ich hab echt eine gute Hautfarbe. Du bist ein bisschen blass. Hallo? Hä? Loh! Hä? Ich hab uns gerettet. Du hast mich umgebracht. Ich hab gar... Ich hab die, hab die, hab die, hab die, hab die, egal, gar nicht. Achtung, Achtung, nein. Warum fang ich hier? Ich hab wieder runter. Ach so, das nimmt man und dann... Nee, nimmt man nicht. Drück, 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 drück. Ja, wie soll ich den denn drücken? Bist du irgendwie durch? Ja, mach doch mal was. Ja, mach ich jetzt. Warte. Ich weiß, wie's geht. Oh, du bist da... Du musst ihn hochkatapultieren. Ja, ich weiß. Ich kann dir nix mehr machen. Hä, hä, hä. Ja, danke. Hä, weißt du was? Ach so. Jetzt ist er... Du bist schon richtig. Nein, da oben ist... Als ob. Was denn? Bist du tot? Ey, der kann ja nix. Da oben war ne Röhre. Außer da kommt ein Spike raus. Achtung. Manu. Achtung, Manu. Da würde ich nicht hingehen. Oh, warum denn nicht? Kann man doch skippen. Wisse. Alles ganz einfach. Ach so, da... Oh, 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 oh. Tschüss. Äh. Kam der grad zu dir? Nein! Leib! Nee. Nee. Bist du tot? Ah ja. Jo. Ja, ja. Warum? Warum? Ich sprich bei dir. Keine Angst. Danke. Bist du schon tot? Ja. Echt jetzt? Wow! Als ob! Alter, der schwebt da noch! Ist das jetzt gut oder schlecht? Das hab ich noch nie gesehen. Ja, ich wollte dir das unbedingt mal zeigen. Ja, danke. So, mach mal sehr schwer. Echt? Ich wollte gerade auch zurück auf Normal stellen. Nee, nee, mach einmal sehr schwer. Sehr schwer. Hallo, 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 hallo. Äh. Shingeki no Kyuchin. Klassisch. Aber ein klassisches Level, guck mal, das können wir schaffen. Ist ganz bestimmt klassisch. Ja, stand dran. Oh, Lava, der Bonus. Ich nehm nicht, Mado. Warum denn? Lol, check, check. Der geht doch drauf! Ja, geht nicht, ich kann nicht spinnen, während du drauf bist. Alter, ja musst du auch gar nicht in den Mario, Mann. Der weiß ja nix, ey. Tschüss. Oh, hier ist ja gar nix. Oh, gut, ich hab dir geholfen. Oh, ich bin tot. Du auch? Oh, da steht ja ne Zeit. Oh, bei dir auch ein Troll. Oh, da ist wieder ein Troll. Mann, gutes Level. Ja, warte, dann erforschen wir hier noch. Neustadt für alle. Nee, wir erforschen hier gar nix mehr. Komm. Oh, was soll das für ein Move? Warte, warte. Wir erforschen. Ja. Und jetzt hier oben drauf, hier oben drauf, hier oben drauf, hier oben drauf. Ich fahr da oben. Ich auch, ich auch. Guck dir das an. Spin to win. Oh, da sind Autos. Danke, das war ein wertvoller. Ja, jetzt wissen wir, dass da Autos sind. Ich wusste nicht, das war doch klar, Mann, dass in dem Level Autos sind. Wie war das klar? Jetzt grümmt mich doch nicht schon wieder. Warum macht er das immer? Als ob da zwei sind. Ja, klar. Natürlich. Oh, stimmt. Hey, ist das ein Level, ey? Was ist das? Hi, hi, hi. Oh Gott. Geh weiter, geh ohne mich. Weißt du nicht, Stammfie, ne? Da ist ein Block, genau, Blockie. Bist du hier? Bist du hier? Nee, du hast mich in die Lava gestoppt. Hui. Oh, da war gar keine Zeit mehr übrig. Ups, Alter. Ja, aber das Level kann dann eigentlich nicht so lang sein. Ja, aber jetzt hör auf, wie zu nehmen. Da, zack, und schon bin ich da. Und zack, schon bin ich da. Hm. Wie kommt das nur? Äh, äh, äh. Was, ich sponne bei dir, ich sponne bei dir. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ich hab Angst. Ich bin da, ich bin da. Ich kann mich ein. Oh, als ob. Achtung, da ist ein Grump. Ich weiß, 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 ich weiß. Was? Warum fliegst du denn? Du bist der einzige Schande. Ich kann auch nicht sporen. Nein, nein. Komm schon, ich bin in ein Auto. Ich bin weggecrashed. Ich hab ein Auto, ich hab ein Auto. Ja, ja, lebe einfach, lebe, 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 alles gut, alles gut, lass mich durch. Ich bin hier raus. Nein, alles auf, die mich so gerecht haben. Nein, guck, wo ich bin. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Ich war am Ziel, eine Sekunde länger, ich wäre am Ziel gewesen. Okay, warte, der Anfang ist gut, ich kann einfach durch. Ja, ja, ich auch. Obwohl, wenn du das machst, dann nicht. Ich warte, weil die Grumps sind, äh, die Stomps. Okay, da mach ich's halt. Grumps, Stomps. Ihr seien die LOL. Ja, klar. Ja, deine Mutter heißt so in LOL. Hä, was ist falsch mit dem Jungen? Jetzt beeil dich, wir haben keine Zeit. Wir haben richtig viel Zeit. Also haben wir wirklich? Da, nein. Lass mir doch den... Ey, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich will da durch. Ja, ja. Warum komme ich nicht durch? Nein, das ist der Lava. Das ist der falsche Weg. Du bist... Ja! Du bist... Was war das? Alter. Ach, so ein Kacklevel. Ja, wollen wir noch eins machen? Ja. Ah, super Schenguck. Schenguck. Klassisch. Guck mal. Meins ist jetzt wirklich klasse. Oh, das sieht wirklich klassisch aus. Ich kann dich nicht greifen. Auch, wir spielen mit dem langweiligen Set. Schade. Da wollte ich dich umbringen. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin ja nicht blind. Doch. Hier ist ja gar kein Checkerle. 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 Puhwop. Lol. Ah, komm. Komm. Ach so. Bin tot. Na klar. Ja, war klar. Ah! Leb. Leb. Eine Sekunde. Bitte. Eine Sekunde. Sporn doch. Sporn doch. Sporn ich doch. Hab dich gerettet. Leb. Leb. Leb dein Traum. Sporn. Sporn doch. 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 Der Lenk, wenn man groß wird. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Und aua. Das machst du super. Warte. Nicht, nicht. Warte ich nicht vor. Nein. Nein. Warum? Warum denn? Warum? Warum? Warum hast du's gemacht? Warum werd ich geflamed? Weil du von mir profitieren konntest. Ach komm. Ich ignori dir einfach. Du hast doch von mir die ganze Zeit profitiert. Das stimmt gar nicht. Okay. Ey! Das zeig ich dir. Wer profitiert jetzt von wem? Ich nicht von dir. Du bist tot. Nee. Nee. Ich hab gelebt. Warum bist du nicht gespuckt? Hey. 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 Schade. Okay. Aktiviert. So. Warte. Nee. Ey. Warum hast du das getan? Ich wollte dir helfen. Junge, ich stand in der Mitte AFK. Warum soll ich direkt... Ich weiß nicht. Du hattest so viel Movimento. Drück gar nicht. Movimento. Movimento. Okay. Also. Also. Gleich gehe ich in den Single-Player. Sag mal. Kannst du mal nach einem Jahr springen? Das chillt erst mal im Monat. Ich lass mir so viel Zeit wie ich will spawnen bei mir. Okay. So. Und ich drück's dir. Du musst ins ins springen. Du musst ins ins springen. Warte. Alter. Perfekt. Warte, 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 warte doch! Ich warte nicht. Ich warte nicht auf diesen Geisteskranken. Äh! Ich war doch da! Und du auch! Ach, wir müssen durch die Rohre in der Mitte. Ja, müssen wir. Achte. Ja, das hab ich auch schon geschafft. Ja, das ist ja auch super einfach. Ich weiß wie das ist. Jetzt spawnen. Da. Nicht panikieren. Nicht panikieren. Alles gut, Manu. Alles gut. So. Darf ich jetzt weitergehen? Äh, ja. Darfste. Darfste. Nein. Kein Vorre. 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 Oh Gott. Nicht sterben, Manu. Ja, mach ich nicht. Alles gut. Warte einmal, nicht Schibi. Nicht Schibi. Ah! Okay. Oh, oh nein. Was passiert hier alles? Was passiert hier alles? Ja, da ist dein fetter. Du sponst einmal bei mir und warte es hier. Damit ich einmal Yolo durch kann. Aber ich hab durchgescheiden können. Du sollst ja nicht hacken. Warte, warte, warte. Einmal noch. Hier bleiben bitte. Nicht sterben. Nicht sterben. Ist ja auch mich zu bewegen. Da. Okay, jetzt warte, warte. Ja. Warte, jetzt schnackst du und jetzt reich. Jetzt, genau. Perfektes Time. Du hast gesagt, es ist perfekt. Ja, ja, fast. Warum willst du immer cheaten? Ich will, ich will cheaten. Ja, hör auf. Nicht cheaten. Einfach spiele, spiele. Warte, warte. Willst du wirklich den Checkpoint riskieren? Willst du alles nochmal machen? Ja, geh weiter. Ja, warte. Wir können ja abwechselnd. Jetzt bist du dran. Jetzt geh ich einmal weiter. Ich lass ihn da, ne? Als ob. Keine Ehre einfach. Kommste? Nee, ich bleib jetzt hier. Ach so. Gut, bin im Ziel. Tschüss. Ach. Wieder mal geprankt. Ich will eins, wo ich einfach nur nach links, äh, nach rechts lauf. Okay? Okay, wir halten nur nach rechts gedrückt, okay? Ja, und rennen. Nee. Ja, aber nicht springen. Nee, okay. Oh. Ich glaube, wir müssen einmal springen. Okay, einmal springen, aber jetzt nicht mehr. Du springst ja auch. Ja, okay. Ich lauf ganz oben. Ich spring. Warum springst du? Ja, weil man sonst stirbt. Ach komm, ey, komm. Wie das mich an. Wie das mich an. Weißt du, du atmest bestimmt auch. Du bist bestimmt auch so einer, der atmet. Hm? Ja? Ja, weiter. Ja. Weichei. Ich will dich doch auch zwischendurch mal atmen. Alter, hier ist, hier ist die Megablume. Echt? Ja, Manu, komm her. Hier ist das, ja, ich komm. Ach man. Hier ist das Megaziel, guck mal. Tschüss. Warum machen wir nie was zusammen? Ja, weil du einfach, äh, 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 ähm, ähm, äh? Haben wir uns, äh, ein super Ausflugsziel. Einfach nur nicht springen gemacht und dann ist er weggegangen. Ja, ja, warte, mach nur mal leicht und wir chillen mal. Okay. Der Letzte, der ins Ziel geht, hat gewonnen. Gute Idee. Oh nein. Okay, 500 Sekunden und dann müssen wir ins Ziel. Ja, ich würde aber gerne mal ausprobieren, ob man nach da rechts kann. Nee, kann man nicht. Auch wenn man geworfen wird? Ja, geht nicht. Ist eine Mauer. Oh. Hey, lasst mir den lange. Mach ich. Okay. Was war? Hallo? Oh. Okay. Boah, das ist eine gute Taktik. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Och man. Hä? Wir sind doch Freunde. Hallo. Wir chillen zusammen. Wir chillen zusammen. Ich will chillen. Hör auf. Hör auf. Nicht. Ja. 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 Schlüssel. Junge, warum chillen wir nicht? Wir chillen doch. Haben Schlüssel. Haha. Oh. Nein. Was? Hä? Hä? Was war das? Weiß es nicht. Kannst du ihn mal umbringen? Hallo? 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 Wir machen doch. Wir machen doch. Wir töten ihn. Aua. Es tut so weh. Chill doch mal ein bisschen. Oh, oh, oh. Nein, nein. Warum hast du den hergeholt? Okay. Du lebst doch. Alles gut. Chill doch. Alles gut. Alles gut. Wir chillen. Nein, nein, nein. Wer zuletzt ins Ziel geht, gewinnt. Wer zuletzt ins Ziel geht, gewinnt. Ja, aber ich würde gerne rechts dran vorbei, bevor wir den umbringen. Geht das? Warte, hilf hier mal. Bring mich mal hoch. Spring, spring. Du kannst doch eh grad nicht ins Ziel gehen. Spring. Spring. Du kannst doch grad eh nicht ins Ziel gehen. Du kannst einfach nicht gehen. Okay, bring ihn um. Okay. Töt ihn, bitte. Bitte, er will mich. Ich spam, ich spam so gut ich fand. Jetzt bist du auch hier. Hä? Ja, warum nicht? Er ist weg. Du hast ihn kaputt gemacht. Ne, da ist er. Ich dachte schon. Rette mich. Ja, komm doch her. Du kannst einfach durchlaufen. Schieß doch. Geh doch einfach durch. Schieß. Schieß doch jetzt mal richtig. Ja, bleib einfach stehen und schieß. Wie er sich immer bewegt hat, wie so ein Rentner. Nein. Oh no. Ey. Also. Als letztes ins Ziel geht Gewinn. Ja, ja. Ich weiß. Ich kenn die Regel. Ey, aber was machen wir jetzt? Ja, also ich geh als letztes ins Ziel. Ja, und Tö hat doppelt gedemütigt. Und der hat gesagt, er chillt. Ich hab gedacht, oh man. Ich spiel nicht wieder mit dir. Wir haben doch gechillt, aber du bist dann auf ein Ziel rein. Oh man. Wie du da verloren hast. Richtig easy. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Hast du auch das Spiel? Außer euch Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Like.